Hi Leute, Alex hier von Wicked Vacations und ich dachte mir, es ist ein bisschen kalt draußen, wir verlagern das Ganze mal bei dem Video jetzt mal nach drinnen. Ich dachte, ich mache mal ein Video dazu, wie wir immer unsere Flüge buchen und wo wir eigentlich die günstigsten Flüge finden und wie ihr vielleicht in Zukunft auch ein bisschen davon profitieren könnt. Also zum einen habe ich bestimmte Internetseiten, die wir immer durchforsten bzw. uns informieren lassen, wenn die günstigsten Flüge da sind. Das sind einmal Skyscanner, ich blende das mal hier ein. Und momondo.com oder de oder wie auch immer. Auf den Seiten habt ihr den Vorteil, dass ihr euch, nicht wie bei Opodo oder Flugsupermarkt oder diese anderen Vergleichsseiten, ihr könnt euch da einen Überblick über den Monat anzeigen lassen. Ich zeige das jetzt auch mal hier gleich. Ihr könnt quasi sagen, ich möchte von Düsseldorf nach Bangkok fliegen, möchte im Oktober fliegen und zeigt mir mal alle Preise für jeden Tag im Oktober hinflug und für jeden Tag im Oktober zurückflug oder Dezember-Rückflug. Und dann habt ihr quasi so eine Übersicht mit so Balken, wo ihr dann seht, genau an dem und dem Tag ist es am günstigsten zu fliegen. Das gleiche habt ihr dann auch noch für den Rückflug und quasi so kriegt ihr einen Überblick, an welchem Tag es überhaupt günstiger ist, weil ihr bei den meisten Portalen habt ihr ja nur das Ding, ihr könnt angeben, ich möchte am 16. losfliegen und am 20. wieder zurückkommen und ihr sucht euch nur für diesen einzelnen Tag raus. Es kann aber sein, dass natürlich einen Tag vorher oder einen Tag danach extrem der Preis unterschiedlich ist. Und wenn ihr flexibel seid und plus minus einen Tag jetzt nichts ausmacht, könnt ihr einfach da drauf gehen und habt so eine nette Übersicht. Das gleiche macht Modum, Mondum auch, sind auch meines Wissens die einzigen Seiten, die das überhaupt machen. Also ich finde Skyscanner persönlich übersichtlicher, aber das ist natürlich Geschmackssache. Die Seiten solltet ihr auf jeden Fall mal auschecken. Ihr habt dann alle möglichen Möglichkeiten noch. Ihr könnt euch über Preise informieren lassen. Ihr habt einen Preisalarm, den ihr quasi aktivieren könnt. Das ist ganz geil. Also wenn ihr dann quasi ein Datum habt, wo es schon günstiger ist, aber ihr denkt, okay, ich will noch ein bisschen warten, vielleicht wird es noch mal günstiger, dann könnt ihr euch einen Preisalarm auf diesen Tag setzen lassen und kriegt dann eine E-Mail, wenn der Preis unter euer Limit fällt. Und das ganz nette an der Sache ist auch noch, wenn ihr es natürlich auf eure Handy-E-Mail-Adresse schicken lasst und dann Push-Nachrichten kriegt, dann habt ihr wie so ein, ja, kriegt ihr eine Push-Nachricht direkt in dem Moment, wo es günstiger wird. Und so kann man echt extremste Schnäppchen machen beziehungsweise verpasst dann halt keinen günstigen Flug oder Restplätze oder wie auch immer, die einem angezeigt werden. Wie gesagt, das habt ihr auf beiden Seiten ungefähr ähnlich und ja, ihr werdet dann quasi von diesen Seiten dann immer auch den eigentlichen Anbieter weiterverwiesen. Ich würde an eurer Stelle aber trotzdem noch mal auf die Seite der Fluggesellschaft gehen und dort direkt die Daten angeben, die ihr buchen wollt oder die Skys gerne euch anzeigt. Manchmal ist es ein bisschen günstiger, manchmal ist es gleich teuer und ich buche lieber beim Anbieter direkt als über so eine Vergleichsseite. Aber ja, das ist der Weg, den wir eigentlich non-stop bei unseren Flügen immer gemacht haben. Also bei Skyscanner geguckt, was für Daten sind günstig, uns dann Preisalarm schicken lassen, wenn der Preisalarm da ist, auf die Seite der Airline gehen, die angezeigt wird, nochmal direkt bei der Airline nachchecken und gegebenenfalls dann entweder über die Airline oder über das Zwischenportal buchen. Ihr werdet dann eh meistens auf Thomas Cook, Opodo oder wie auch immer weitergeleitet und könnt dann da buchen. So kriegen wir eigentlich immer die günstigen Flüge. Natürlich bei je nachdem, wo man ist, also zum Beispiel in Portugal haben wir uns einen Mietwagen genommen. Finde ich, die beste Seite ist billiger Mietwagen. Das blende ich euch auch mal hier ein. Ein billiger Mietwagen ist genauso einfach nur eine Suchmaschine. Gebt an, wo wollt ihr das Auto abholen, wo wollt ihr es wieder abgeben, wie lange habt ihr das Auto. Er zeigt euch einen Vergleich von allen Mietwagengesellschaften an. Ihr könnt dann direkt angeben, was für eine Versicherung will ich haben, Zweitfahrer, wie viel Kilometer. Könnt dann halt alles ausgeben. Ihr zeigt euch auch, die haben auch meistens so Komplettpakete und ja, da werdet ihr dann auch wieder auf den eigentlichen Anbieter dann wie Avis oder Café Del Mar oder sowas weitergeleitet. Was ganz praktisch ist oder was ich nochmal machen würde, wenn ihr das vor allen Dingen ja, das erste Mal bucht oder Mietwagen bucht oder wie auch immer, auf die Anbieterseite gehen, die billiger Mietwagen euch angibt. Und gucken, ob es Gutscheine gibt. Viele dieser Seiten stellen euch Gutscheine zur Verfügung, sobald ihr euch für irgendein Newsletter oder sowas anmeldet, gibt es meistens noch 5 oder 10%. Ja, die könnt ihr dann auch benutzen und ich sag mal so, E-Mail-Adresse ist schnell gemacht. Also von daher, ihr könnt quasi jedes Mal diesen Gutschein nehmen, den ihr euch einfach mit irgendeiner E-Mail-Adresse anmeldet und dann nochmal den Gutschein euch einsackt. Ja, das ist eigentlich so, wie wir immer unsere Flüge plus Mietwagen, wenn wir den brauchen, buchen. Hatten wir jetzt auch noch nie Probleme damit und sind immer extrem günstig bei weggekommen. Vor allen Dingen Flüge, kann man nur empfehlen, die Seiten mal auszuchecken. Wie gesagt, ich haue euch die Links unten in die Beschreibung. Checkt die mal aus. Ich kann es nur empfehlen, das genau so zu machen und ja, hoffentlich macht ihr dann demnächst auch ein paar Schnäppchen. Wir sehen uns.